Ja, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Neue Aufnahmesession hier am Start. Ja, wir sind ja hier immer noch in Matisseeland und haben hier gut Erzbergwerke hingestellt. Ich würde mal Play machen. So, dann kann es losgehen. Ja, Einwohnerzahl müsste jetzt auch langsam mal steigen, damit wir hier mal ein bisschen aus dem Miesen rauskommen. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist die Schulbusse kompletieren und eine Tonhalle können sie eigentlich auch gleich haben. So. Und Krankenhaus werden wir jetzt auch kompletieren. Damit die medizinische Versorgung auch, ne, und so. U-Ed. Feuerwehr war in Ordnung. Ja, so. U-Ed. Und dann musst du auch langsam mal hier... Was haben wir denn gemacht? 362.000 haben wir gemacht. 700.000 brauchen wir, aber wir brauchen erstmal 200.000, um unsere Metallzentrale hinzustellen. Dafür müssen wir auch noch ein bisschen sparen. So, das war ein Dreierpark. Da könnte man eigentlich noch mal ein bisschen was ranbauen. Das ist alles sehr gewaltig. So. Schlecht ausgebildete Mitarbeiter, ja, ja. Ihnen sollen sie halt zur Schule gehen, das ist ja nun kein Problem. Gut, was wollen sie denn eigentlich alles haben? Hm, Wohngebiete und Industrie. Naja, Wohngebiete ist schon klar. Wohngebiete. Mal gucken hier, wo ich hier den... Das wäre hier. Komm mal da hin. Ja, da kommen wir gut hin. Können wir lassen. So, Straßen müssen wir natürlich auch noch upgraden. Und das sollten wir nicht... Übersehen. Ist da oben eigentlich schon alles? Ja, da ist alles schicki. Hier auch. Gut. So. Und so. Und dann machen wir die da auch gleich. So. Sieht jetzt schon besser aus. Hier noch. Und hier noch. Und da haben wir. Hier noch. Und da noch. Und überall. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch. Gut, soll erstmal reichen. Dann können Sie hier die ersten Hochhäuser hochziehen. Industriegebiet werden wir mal auch gleich upgraden. Geld haben wir ja hier noch erstmal. Wenn die Metallzentrale jetzt schon wichtig wäre. Aber Straßen sind halt auch wichtig. So. Eigentlich hatte ich ja gedacht, Leute, jetzt mal bei der Aufnahmesession. Ich nehme ja meistens immer so zwei Stunden auf. Und da hat man ja dann für ein paar Tage Folgen am Start, sag ich jetzt mal. Aber eigentlich dachte ich, dass jetzt hier mal wieder mal ein Update kommt. Aber. Also ein Update von SimCity. Aber dem ist nicht so gewesen. Traurig, traurig. Was ja nun eigentlich wirklich mal an der Zeit wäre. Aber ob die das jemals fixen mit diesem Straßen, also mit diesem Verkehrsproblem. Ich glaube, da kommt eher ein Add-on raus. Als, als dass die da ein Patch rausbringen, wo das berichtigt wird. Das kennt man ja von, äh, von den Sims, ne? Da waren zwar jetzt nicht unbedingt Bugfixes. Soweit ich weiß. Also wurden die Bugs nicht mit einem, äh, Add-on bereinigt. Aber was da an Add-ons, äh, so mittlerweile gibt hier für Sims 3. Ich glaube, das sind mindestens 10, 12, 15 Stück oder so. Inklusive der, äh, DLC-Dinger da, für irgendwelche Gegenstände und so weiter und so fort. Ja, schon krass. Und es scheint ja auch Leute zu geben. Was ist denn da hinten los? Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Dann reißen wir euch mal weg und mal gucken, was da jetzt Neues hingebaut wird. Uns geht es hervorragend, das ist ja wunderbar. Ist doch gut. So, Gebäude haben wir alle da, wunderbar. Geld machen wir auch. Ja, sieht ja alles ganz gut aus. So, ja, mal in die Region wechseln. Und wir brauchen ja für das Großprojekt, was hatten wir da gesagt? Den Flughafen wollten wir bauen, ne? Genau. Metall, Rohöl. Und Legierungen brauchen sie. 60.000 Kisten mit TV-Geräten. Ach, dafür brauchen wir ja noch einen Flughafen. Okay. Und dann brauchen wir noch Touristen. Also Stadt, Flughafen und dann brauchen wir Touristen. Aha. Ja, der wird dann wahrscheinlich in unserer Hauptstadt, wenn wir den implantieren. Gleich mal gucken, wie es da überhaupt aussieht. Boah, da sieht es gut aus. Schick. Schick sieht es auf jeden Fall aus. Dadurch, dass wir da das Brandenburger Tor hingebackt haben. Und Touristen mussten wir eigentlich auch haben. Da gucken wir gleich mal in die Dinge. Jetzt hier, zack. 800. Ne, 1367 haben wir insgesamt. Okay. Schneller Vorlauf. So, was sagt hier? Sexy. Boah. Jetzt sieht der natürlich nicht so wieder aus. Boah. So, irgendwo muss man noch ein Gebäude rum eiern. Okay. Da ist ja gleich noch eins. Ne. Noch eins? Ah, ich hab doch gerade abgerissen. Hallo? Ja, ich würde dich. So, hier wird schön hochgezogen alles. Wunderbar. Wunderbar. Und die Ballons steigen. So, eigentlich wollte ich mir ja nochmal hier gucken. Nicht besetzte Jobs. Okay. Ich überlege gerade, ob die Industrie ausreichend ist. Und hier hatte ich nochmal ja keine Straßen hier upgradet. Ist ja skandalös. Das muss man natürlich noch schnell nachholen. So. 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 Na ja, da hab ich schon den ersten Verkehrsstaus. So, das müssten sie gewesen sein, wa? Ja. Juett. 561. Was sagt denn unsere Bildung hier? Ja, das sieht gut aus. Na ja. Hier könnten ein paar mehr Sims drin. Ähm. 729. Und 107. Na ja. Ich bin noch böse, weil es keine Arbeiter gab. Na ach, ah je. Oh. Gibt's hier Pendler? Pendler von außerhalb? Nö. Doch. Ladenbesucher. Aha. Okay. Wird Abwasser? Ja, da müssen wir noch ein bisschen handeln, wa? So. Bisschen. Juett. Und dann könnten wir eigentlich hier auch noch alles voll machen. Also. Ne? Hm. What? Buch? So wenig Similions. Ist ja skandalös. Ja, schlecht ausgebildete Dingens. Ein Brand. Oh mein Gott. Wie sieht's überhaupt aus? Hier haben wir die Feuerwehr schon komplett. Ja. Feuerwehr ist komplett. Was sagt das Krankenhaus? Vier von zwölf und neun von zehn. Das ist auch komplett. Polizei müsste noch ein bisschen tätig werden. Haben wir auch schon alles. Na ja, wir können den ja mal noch ein Knast bauen. Was haben sie jetzt? 25 Fingresszellen. Ach komm, krieg ich da noch einen Ruf. Ach so. Ja, Geld und so. Gut. Ja, dann macht man hier erstmal Kohle. 50 Fingresszellen. 50 Fingresszellen. Ja, das ist eigentlich... 1652 sind angemeldet und 1720 haben wir. Aha. Na ja, gut. Ein paar Schwänzer gibt das immer, wa? Hehe. Jetzt ist hier aber ordentlich Verkehr hoch. Die Autobahn. Alter Schwede. Könnte man ja glatt mal einen Bus, äh, einen Bahnhof, äh, und so, wa? Ja, ähm, Züge, ja, dafür brauchen wir erstmal ne Ding, zwar, ne Verkehrsabteilung, ja. Mal gucken, kriegen wir die hier, ach, die kriegen wir hier noch drin. Aha. Jut, dann muss ich nochmal in die andere Stadt, weil da weiß ich genau, dass wir da noch ein Upgrade, äh, parat hatten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die da hingestellt kriege, die Verkehrsabteilung. Rein vom Platz her. Wo sind wir denn hier? So rum, wa? So, wo haben wir denn unser Häuschen? Upgrade. Verkehr, Sicherheitsabteilung, ne, wär auch nicht schlecht. Äh, ja. Kriegen wir noch in die Backen. Frei-Laz huh. Wiriusz. Wiriusz. Wiriusz.